Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute habe ich mal wieder ein Rezept aus meiner leichten Küche für euch. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber immer wenn der Frühling anfängt, esse ich viel öfter Salate. Das liegt bestimmt daran, weil es jetzt überall das neue Obst und Gemüse zu kaufen gibt. Ich möchte euch heute einen Frühlingssalat mit Radieschen vorstellen. Wir werden ein bisschen buntes Gemüse klein schneiden und ein Dressing zubereiten. Wer hat Lust auf einen Salat? Du? Du? Dann lasst uns mal gleich anfangen. Doch zuvor abonniert noch meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keines der nächsten Videos verpasst. Für meinen heutigen Salat nehme ich folgendes Gemüse. Eine gelbe Paprika, 150 Gramm Radieschen, 200 Gramm Tomaten, 70 Gramm Rucola und eine Gurke. Als erstes wird die Gurke geteilt. Da Gurke für Wasser enthält, besonders das Kerngehäuse, entferne ich dieses bei der eigenen Hälfte. Ich schneide einfach von allen Seiten am Kerngehäuse entlang. Man kann es natürlich auch mit einem Löffel auskratzen, aber ich finde, so geht es schneller und sauberer. Und dann werden die Gurkenstreifen noch in kleine Stücke geschnitten. Die andere Hälfte schneide ich in Scheiben, denn wir wollen ja unseren Salatteller abwechslungsrecht herrichten. Wie man eine Paprika entkernt, wisst ihr doch noch, oder? Ich habe mich heute für eine gelbe Paprika entschieden, weil sie mild im Geschmack ist, was sehr gut zum bitteren Rucola passt. Und hier kommt unser Frühlingsgemüse, die Radieschen. Wer mag, kann auch Eiszapfen klein schneiden. Zum Schluss schneide ich noch die Tomaten klein. Dieses Mal werden die Cherrytomaten aber in Scheiben geschnitten und die ganz kleinen Tomaten nur halbiert. So können wir den Salat, wie schon erwähnt, schöner anrichten. Nachdem wir eines klein geschnitten haben, können wir das Dressing zubereiten. Und dafür brauchen wir 150 Gramm Naturjoghurt, Salz, Zucker, Pfeffer, 1 Esslöffel Zitronensaft, Petersilie und Schnittlauch und 1 Esslöffel Olivenöl. Mein Joghurt hat 3,5% Fett. Ihr könnt aber auch ein fettärmerer nehmen. Beim Salz, Pfeffer und Zucker habe ich keine Mengenangaben gemacht, weil ich bei meinen Mengenangaben sowieso nachwürzen muss. Nun noch Zitronensaft, 1 Esslöffel Olivenöl und ein paar Kräuter. Und schon habt ihr ganz schnell ein leckeres Dressing zubereitet. Nun kann angerichtet werden. Der Rucola bildet meine Grundlage. Darauf verteile ich Tomatenscheiben. Die Gurkenscheiben gleich im Dreierpack. Die leuchtenden Paprika kommen in die Mitte. Die Radieschenscheiben zwischen die Gurkenscheiben. Also rot auf grün und dann noch die kleinen Tomatenhälften auf die Fabrika und an den Rand. Und die Gurkenscheiben kommen auch noch oben drauf. Zum Schluss gebe ich noch etwas Dressing dazu. Mehr Dressing brauche ich erst einmal nicht. Mein Foodingsalat mit Radieschen ist fertig. Die angegebenen Zutaten reichen für zwei, wenn nicht sogar für drei Portionen. Und je nach Saison könnt ihr auch noch Möhren, Kohlrabi oder Zuckerschoten mit dazugeben. Das Rezept für diesen Salat findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.